Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de, Ihrem Online-Outline für Markensofas und ich teste für Sie heute das Modell Lungo von Koinoa als Zweier mit Longchair in diesem Q2-Stoff Wollweiß. Erstmal muss man sagen, man sitzt hier eher mittelsoft drin, also eher etwas weicher. Das ist fürs Wohnzimmer ganz kuschelig und ich finde es ganz nett. Zweitens, Sie haben hier einiges an Funktionen, Sie können die Armlehne abklappen, auch gut zum Liegen und Sie können die Rückenlehne hier in der Neigung verstellen, so ganz steil, naja, zu steil, das bringt nichts und ganz flach. Ja, jetzt würde ich vielleicht noch eine Kopfstütze brauchen und eine Beinauflage, da kann ich zum Beispiel den Tisch nehmen mit dem Kissen drunter oder ich kaufe mir einen Hocker. Das ist auch gut. Robust ist der Stoff, nur mit einem solchen robusten Kunstfaserstoff ist eine solche helle Farbe möglich. Nachteil, die Garnitur ist sehr groß, Sie brauchen in der Kombination schon Platz. Ich schaue mal bei uns auf ein Preisschild, 2,80 Meter und 24 Zentimeter, wenn Sie die Armlehnen abgeklappt haben. Weiterer Nachteil, ja, sie wirkt auch nicht so zierlich, sie hat schon ganz schön viel Fett hier unten dran. Also wenn Sie Platz haben, spielt das keine Rolle. Wenn es ein enger Wohnraum ist, dann vielleicht eher was zierlicheres nehmen. Advertising Profi-Schnapp.de hat gerade dieses Schnäppchen als Verbandsmuster, wurde also von einem Möbelverband ausgemustert, heißt vorgestellt zum Schnäppchenpreis von 1750 Euro plus Versandkosten. Profi-Schnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofa. Sagt Danke, freut sich, wenn Sie uns mal besuchen, hier in 72186 Empfingen oder auf unserer Website Profi-Schnapp.de und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.